Nicht-Fly-Spieler dürfen mir einfach echt gar nicht zuschauen, irgendwie. Wenn diese Szenen würden, würde ich so denken, was ist das für ein komisches Game hier, was geht hier ab, was läuft hier, warum glitscht man hier durch irgendwelche Wände und Decken durch, was ist das für ein Müll-Game und ich könnte es mir so voll vorstellen, was in den Köpfen jetzt vorgeht von irgendwelchen Leuten, die gerade zuschauen und halt noch nie Flyve gespielt haben. Kann ich halt eins zu eins so voll nachvollziehen, aber falls dir jemand zuschaut, es ist nicht so schlecht, wie es aussieht, es ist sogar ziemlich geil. Eines der besten MMORPGs, die je erstellt wurden. Es ist einfach nur, Flyve ist einfach nur Liebe. Eine Hisswaffe bitte, jetzt, so direkt. Warte mal, ich habe da vorher nichts aufgesammelt, oder? Fangen wir drauf. Oh, Guardian-Stick. Let's go. Ah, wo ist denn mein Scheiß-Pack da? Ja gut, Dex-Ring scheiß drauf, aber... Guardian-Stick ist nett. So, hier bist du, oder? Nein, das ist nur die Rang da. Ist die Horrible-Rangte die 90er oder 85er oder was? Gibt's ja gar nicht. Bin verwirrt. Ich hätte schwören können, das war nicht so. Ne, ja, die Horrible waren die Grüne, glaube ich, oder? Eieieieieieiei. Hast du was getrapt? War das die Quest? Nein, das war nicht die Quest. Wir haben nichts getrapt. Warte, ich habe trotzdem die Fußfessel bekommen da. Und unreine Sizilium. Oh, jetzt geht's aber los. Impure-Silicon. Boah, es wird endlich mal richtig übersetzt. Es gibt nämlich so viele Spieler, wo Silicon zu Silicon übersetzt wird. Und es ist dann einfach... Das ist ja Cringe-Poo irgendwie. Das ist traurig. So, Darkon City. Ne, wir fliegen nach Darkon... Äh, wir porten nach Darkon 3. Und dann ab in den Dungeon. Bau des Hauses. Ah, Antiquerry müssen wir definitiv noch killen. Luxury-Box. Panik, was haben wir sonst noch alles hier? 20 von 60 nur. Öh. So. Ich bin mal gespannt, was uns im Treibnock erwartet. Ich hoffe, dass wir hier halbwegs, ähm, Äh. Ja. Dass wir das Ding halt schaffen. Ich weiß aber gerade nicht, welchen Modus wir nehmen. Solo-Mode, Beginner-Mode, Tankless-Mode. Aber ich tendiere fast zu Beginner-Mode, weil die Drop-Rate, glaube ich, da am höchsten ist. Zumindest gefühlt. Alles schaut hier so geil aus. Alles schaut hier so geil aus. Dieses Gebiet ist einfach nur, ist einfach nur geil. Muss man hier mal screenshotten. Okay, äh, äh, was will ich gerade suchen? Ich werde abgelenkt. Ähm. Hoppa, wo war die, wo war die, wo war diese, wo war diese blöde Dungeon hier? Warte mal, ich bin gar nicht da, wo ich, wo ich sein will eigentlich, wo ich hin muss. Oder doch? Warte mal, ich bin... Hä? Ach, da hinten, klar, logisch. Ups. Da hinten muss ich hin. Da war der Dungeon, glaube ich, drin. Ich glaube, die sind dann schon tausendmal gefärmt. Wo war diese, wo war dieser scheiß Eingang? Da hinten vielleicht? Da war nirgends so ein scheiß Baum drin, auf alle Fälle. Da bin ich denn gerade blöd, oder was? Hätte doch nichts verändert, oder? Wo war denn die... Ich glaube, ich muss mal kurz die Aufnahmen anhalten und einfach mal hier allein losfliegen. Ich finde es gerade nicht. Ich finde es vom besten Willen gerade nicht. Das gibt es doch nicht. So weit kann doch diese... Warte, hier? Wie war ich das schon? Ey, das gibt es doch nicht. Da, oder? Da, 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 da ist er, da ist er, da ist er. Ja, okay, die Map stimmt jetzt halt nicht mehr. Wow. So, jetzt rein da. Wie viel brauche ich davon? Ich brauche... 10, okay. 15, ja, er läuft schon. Es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Ey, diese Chines sind irgendwie auch so riesig. Ich weiß, man kann ihn in Flives so ein bisschen skalieren halt, also halt von mini zu riesig. Also man kann es so ein Pad skalieren, wirklich so ganz klein oder halt im Prinzip unendlich groß. Die Textur wird dann einfach nur gestreckt. Und ich muss sagen, ich finde es halt so witzig. Du hast dann einfach so Bosse, die wurden dann einfach so in die Größe gezogen. Das ist halt, ist es halt irgendwie echt nur lustig. So, weg mit dem Ding. Ne, ich kille hier nicht, ich, äh, ich hau auf. Ich verpiss mich. Kann man hier wieder reiten? Nein. Ach, die haben mir diese komischen Dinge am Boden weggemacht. Boah, endlich. Danke dafür. Die waren ja so schlimm letztes Mal. Nein! Achso, boah. Oh. Ich habe hier einen halben Herzensfakt bekommen. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir nicht mehr Dramnuk machen. Oh. Oh. Fuck my life. Was gibt es hier? Es gibt... Es ist ein Aoe-Set. Was bringt das hier nochmal? Attack Speed. Treffsicht. Crit-Dre... Nee, wir müssen das Set nehmen da. Hopper. Oh, zu Glück, nur ein Hopper. So, mal kurz das Zeug hier aufmachen. Blessing of Goddess. Okay. Boah. Nimmt man mit. Was soll man hier mit einem Aoe-Set? Was macht man damit? Das bringt eigentlich gar nichts. So, Skills. Lauf noch Skills. Skills laufen noch, ja. Ha. Das ist eine große Frage. Was machst du mit diesem Aoe-Set? Das ist eine große Frage. Was gab's? Nichts. Einfach nichts. Okay. Wisst ihr was? Rein in das Ding hier. Äh. Ist hier jemand... Dramnuk... Ich bin gespannt. Ich bin, ähm... Warte mal, ich bin im Dramnuk mit... Ich schreibe mal rein. So, auch so geil. Ich bin, äh... Kein, 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 kein nicht, äh... Oh Gott. Oh. Wow. Trip. Ah ja, äh... So kleine, ähm... Erkenntnis im Rande. Warum hauen diese Dinge so viel Damage? Ist hier... Hier ist auch jemand im Dramnuk. 80 Master. Man, woher weiß ich denn, welchem Dramnuk das hier drin sind? Ich fahre mit eh nicht. Ich kann jetzt... Ich kann einfach da jetzt rein. Ist egal. Ist das Ding doch immer Akku auf mich? Woher weiß ich jetzt, ob jemand im Dramnuk drin ist? Eigentlich gar nicht, oder? Ist da keine andere Party, oder wo ich... Ne, äh... Ich bin so irgendwie... Ich bin so dumm. Aber ich habe jetzt... Ich glaube, ich habe keinen Run verloren, oder? Äh, der hat ja den Lieder gewechselt. Stimmt. Äh... Yamato. Ist hier jemand im Dramnuk? Sunpress, Matrikal, Dragon 1, Red Meteor. Keiner ist im Dramnuk drin. Du gehörst mir, und zwar nur mir. Easier Dungeon, but with Soulbound Drops. Ah, das ist... Das ist endlich mal... Ne gute und verständliche Info. Ah, mein Schaden... Der ist ja nicht so verständlich. Der ist ja relativ... Schlecht, irgendwie. Hm... Okay... Ach, ne, das wollte ich nicht aktivieren. Ne. Powerscroll? Ist die Powerscroll aus? Powerscroll ist aus. Warum ist die Powerscroll aus? Ähm... Ähm... Ich glaube, wir fangen das an. Okay. Ich überlege gerade, ob wir jetzt... In Kauf nehmen wir es sollen, dass wir Level-Ups machen, oder nicht? Hm. Müssen wir mal schauen. Alter, hat das Ding HP. Junge. Ich bin jetzt da aufgestanden, sorry. Das ist ja übel, was das Ding HP hat. Ich weiß schon, ich habe letztens mit Dani drüber gesprochen, über die Dungeons und alles. Ähm, ist wohl nicht so einfach, das Ganze da zu verändern. Die werden angeblich irgendwie anders gebalanced oder anders eingestellt als die Bosse. Und dementsprechend ist das wohl ganz schwierig oder umständlich jedenfalls. Eins von vier. Okay, also ich mache jetzt den ersten Run mit Live-Aufnahme und die weiteren mache ich als Timelapse. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ihr sterbt nicht irgendwie an Langeweile oder so in der Zwischenzeit. Aber ja, ich erlebe sie genauso wie ihr. Haben wir noch irgendwelche Power-Ups? Alter, das Einsortieren ist echt nervig. Irgendwie ist der Damage drin gar nicht mal mehr so groß irgendwie. Also er ist nicht mehr so hoch irgendwie. Es ist, ich meine, der Damage von mir ist, glaube ich, ganz okay. Er ist schon... Er ist angenehm, aber... Also für Tramlock ist er jetzt noch nicht so krass. Und nicht krass genug, um Tramlock zu machen, sagen wir mal so. So, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ich glaube, da war das falsche Element drauf. Oder was habe ich drauf? Blitz... Das ist... Was ist denn? Das ist Erde? Ich weiß das nicht mal. Ich glaube, Tramlock hat Erde. Ich bin sehr gespannt, ob ich das Ganze übrigens jetzt hier ohne Tank schaffe. Ich vertraue jetzt immer drauf, dass der Beginner-Mode wirklich so ist. Dass man sagen kann, so, ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Wie viele Dungeons, dass es hier gibt. Dass der Beginner-Mode wirklich so ist, dass ich sage, okay, ich bin Beginner. Ich habe hier keinen Plan, was ich hier tue, was ich hier mache. Ich gehe einfach... Ah, genau, Hapiric war mein 7k. Gilden-Ding, okay. Steel Knight. Ach stimmt, die Quest hatte ich auch noch. Hey, 2 von 4. Dungeon-Tropprate 443%. We will see. Ach nee. Wir werden sehen, ob wir 443% Dropprate haben. Oder einfach gar nichts droppen. Boah, das ist für mies. Wir haben einen Timer. Nee, haben wir nicht, oder? Ja, ein bisschen schade. So ein Timer wäre jetzt noch ziemlich cool da oben. Hm, Mann. So. Nummer 2. Aber ich glaube, wir sind aktuell ganz gut in der Zeit, oder? Ich habe kein Zeitgefühl, wenn ich aufnehme. Das ist einfach so. Aber ich glaube, es fühlt sich aktuell so an, als wäre man noch halbwegs gut in der Zeit. Das kann mich, kann mich täuschen und so, aber ich denke, ich denke schon. Ach komm. Ja, ich glaube, ich glaube, wir halten erstmal so. Du kannst dies nicht tun in Combat. Ich behalte ihn, glaube ich, erstmal als Aspenia. Weil nicht noch mehr Platz. Na komm. 24k Damage gerade gemacht. Nice. Und ich muss sagen, diese Mobs sind so scheiße tangy. Ich meine, ja, ich weiß. Also ich habe es gehört, so viele, die spielen das Ganze halt komplett anders. Die leveln erst durch und mit richtig geisteskranken Equipment gehen hier rein und ballen alles nieder. Also zum Beispiel jetzt vor allem eher dann Master-Tram-Lock, aber ich meine, Master-Tram-Lock, okay. So, scheiß drauf. Macht man halt später irgendwann. Aber hier ist es halt schon so, dass ich sagen muss, hm... Weiß ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so der richtige Weg irgendwie. So, gleich haben wir es. Und ja, ich werde trotzdem mehr Power-Ups aktivieren. Ich vertraue diesen Angaben einfach nicht. 17.000 Maximum Attack-Record für Chester. Was? Ist ja krass. Ist echt krass. So, ich brauche HP. Gib mir Bullhamstern. Plus 2500. Mhm. Mhm. Ich sehe auch 2500 HP mehr. So, ich weiß, komm. Stirb doch endlich. Mann. Seid bereit. Warte mal. Was war's? Was war's? Achso, ich war gerade verwundert, was ich gerade für eine Level-Up-Animation kam. Seid bereit. Wo stand sie gerade? Karne wartet euch oder so. So, bitte töte mich jetzt einfach nicht. Bitte, bitte hau mich jetzt nicht um oder so. Oh. Okay, Beginner-Mode. Beginner-Mode ist aber echt entspannt. Okay. Das ist, das ist cool. Das ist cool. Okay. Warte mal, Pat heilt mich auch mal. Ah, okay. Alles top. Gibt es nichts zu befürchten, nichts zu sehen. Ich schalte übrigens aktuell auch ganz so ein Benchmark von Starfield und, ähm, na, 7900 XTX an. Also ein Benchmark. Und ich muss sagen, sieht ganz okay aus. Ah, wobei, ja, FPS-Turbel so. Also ich bin jetzt rein ins Start-Bildschirm und, also, was eigentlich schalte ich, was labere ich ja schon wieder. Erst denk. Ähm, ja, ich habe die erste Minute gespielt, bin dann in den Aufzugrund, dann war ich da unten und so. Ich habe ungefähr so 90 bis 100 FPS gehabt, ungefähr, was schon ziemlich gut ist. Ähm. Ach, nativ. Ah, jo, okay. Warte mal, nativ. Ich habe schon mit FSR gehabt. Nativ haben die hier 59. Warte mal, die das gar besser ist, eine 4090. Was? Okay. Ah, jo. Äh. Uh, Stick. Leider nicht für uns. Und damit hat die Serien gebunden. Okay. Ja, also ich werde halt auf alle Fälle nochmal einen Run oder vielleicht zwei mehr machen. Äh. Nehme ich die auf? Ich weiß es nicht. Soll ich die aufnehmen? Ähm, jetzt machen wir noch ganz kurz was anderes. Das Ding ist halt, ich wollte jetzt auch noch ein bisschen was anderes machen, in real life und so. Ich glaube, ich mache die heute nicht mehr. Oder vielleicht später, oder ich weiß es nicht genau. Haben wir jetzt eigentlich einen Season Pass Level abgemacht dafür? Nein. Bin blöd. Season Pass hier. Ne, ich kann ganz das Level ableiten. Ah, okay. Ich muss sagen, so ein His-Sort wäre das schon irgendwie auch ganz geil. Zwei His-Sorts wären doch geiler. Kritrad ist halt so eines der größten, ähm, der besten Sachen, die man halt gerade hier so kriegen kann am Anfang. Ähm, ähm. Ja, sieht ganz gut aus. Geeks sind kein Problem. Okay, ich meine, ich könnte einfach auch schon die vier Channel durchfirmen. Ähm. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ich denke schon, ja. Ich weiß nicht, diese Switch Channel Funktion ist, glaube ich, ein bisschen buggy, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oder? Geht das doch? Weil ich vielleicht gedoppelt klickt habe vorher? Darf man das nicht? Hm. Naja, ich wende mal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich war auch noch ein bisschen His-Waffen und, ähm, bis zum nächsten Mal.